Hi, ich heiße Michel. Ich bin Informatiker und Pirat. Wir haben 120 Seiten Wahlprogramm. Aber wer liest heutzutage schon Wahlprogramme? Damit du am 14. Mai weißt, wen du wählen sollst, hier ist unser Wahlprogramm. In 140 Zeichen. Und das ist eine coole Sache. Und was ist mit dir? Warum weiß ich nicht, was in Hinterzimmern besprochen wird? Warum kann ich nicht Bus und Bahn fahren, wann und wo immer ich will? Warum habe ich nicht mehr Zeit für mich? Warum muss ich Angst vor Armut haben? Warum darf ich mit 16 nicht wählen? Warum werde ich fürs Kiffen bestraft? Warum wird meine Freiheit im Netz immer weiter eingeschränkt? Für eine smartgerechte Politik. Piraten. Piraten. brofin Alsurs. Kamal. baterakert. 5